Das müsste der Vatissicato Tutsimizi sein, oder wie er heisst. Auch wieder eine riesige Anlage. Ganz spezielle, und da ist auch wieder so ein wunderschöner Baum. Hier mal rein. Tausend paar Noten mit dem alten König. Ziemlich überladen, die ganze Sache da. Ein bisschen gescheit. Ein paar lauter Sachen. Ist eigentlich... Keine Menschen... Keine Menschen... Sobbsche. Keine Menschen. Das ist ein langer. Das Lange beim Tempo. Das sind die Hallen, die am Campieren sind. Da sehen wir übrigens Hohen in Beach. Wie halt alle Tempel sind, da sind viele Hunde, aber keine Menschen. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Wenn es schönes Wetter ist, respektive nicht easy, dann würden wir hier aber auch noch ein Schuss kommen. Bis zum Meer. Alles gut. Jetzt gibt es den Rest. Wer auch immer das ist. Das dürfte der alter Mensch sein.